so nur mal als kleiner tipp am rande die bank die besetzt man eigentlich immer in der mitte weil eine bank die wird gerne als baumersatz benutzt und die wird auch immer an den rändern vollgepisst und es ist echt unschön sich das hinzusetzen deswegen immer schön in die mitte niemals nach außen rutschen